Schauen wir euch erstmal an, wie es funktioniert und danach habt ihr Zeit, dasselbe rauszukriegen. Erstens ist das Prinzip der Atmung. Dabei ist wichtig, dass man ganz normalerweise Umstellung, Füße, die kompletten Boden berührt, ihr habt eine leichte Beugung, dass wir beim Einatmen komplett, machen wir gerade, erstmal ist es wichtig, dass ihr komplett Atem zu kriegt, dass ihr komplette Luft einatmet und komplett wieder ausatmet. Das ist ein grosser Atemzugang und das primär Luft durch die Seite nach außen geraten wird. Ihr könnt euch darüber vorstellen, dass der Brustkorb eigentlich immer in der Grabe zu zung bleiben sollte und dass der sich zur Seite hin ausdehlt. Einatmen, tief einatmen und dann tief wieder ausatmen, bis ihr komplett im Wert bist und dabei konzentrieren, dass der Atem mehr bleibt. Ich probiere das mal aus. Einfach um den Matten zu reden, wenn ich der Rassenszeit im Amtsatz. Ich probiere das mal aus. Vielen Dank. Vielen Dank.